Hallo, hier ist der Martin von meine Bankies, das ist die DAX-Analyse für Freitag den 20.12.2019 und damit auch für den Verfallstag nun, der dann nun naht. Nächste Woche ist ja dann die Weihnachtswoche im DAX, heißt das natürlich, dass wir dort deutlich eingeschränkten Handel dann haben, da an einigen Tagen tatsächlich dann auch die Börse zu ist, sodass da in Ruhe gehandelt werden kann. Die Amerikaner kommen bekanntlich meist am 26. schon wieder rein, der DAX selber dann erst am 27. handelbar, das heißt man sollte dann auch jetzt schon genau hingucken, zum Montag dürfte nochmal offen sein, was man für Positionen jetzt langsam noch hält und was man auch mitnimmt. Wir erinnern sich ans letzte Jahr, was wir da hatten, da haben wir auf dem 25. oder 26. eine riesen Bewegung gesehen bei den Amerikanern, die haben so massiv durchgeschlagen gehabt, die waren ja da sehr, 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 sehr tief stehend, haben sich ja im Dezember richtig abgeschossen. Wir können ja, machen wir es doch mal kurz, machen wir es doch mal kurz, ich habe glaube ich meine Einleitung gar nicht hingekriegt, oder? Unser DAX hat, ich wollte es sagen, unser DAX hat hier schön die Stops gefischt, schön die Longs rausgehauen, einfach mal sein Netz ausgeworfen, aber das ist jetzt egal. Wir erinnern uns mal, und machen wir die jetzt, wollen wir jetzt eine Jahresanalyse schon machen? Ne, ist noch zu zeitig, ja, ist ja erst 19. Das machen wir irgendwann am 30. jetzt über die Feiertage. Machen wir wieder eine Jahresanalyse, das ist das Ergebnis der letzten gewesen. Die Feile, wie sie hier drin stehen, haben wir weitestgehend so am 28.12.2018 gesetzt im Monatschart, haben gesagt, es wäre denkbar, dass der Markt hier noch ein bisschen nach unten sticht, dass er unten sich noch ein Tiefhol dann deutlich hoch zurückläuft, bis in den Bereich 11.800, 12.400. Hier hat man gesagt, wird eine sehr wichtige Umkehrzone, aus der der Markt dann wieder zurückdrehen kann. Wir haben ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate gebraucht, um diese Umkehrzone so auszuhebeln, dass wir es eben oben raus schaffen. Der Markt hat dann diesen Long Trigger aktiviert und schiebt seitdem weiter. Das heißt, wir haben auch hier natürlich noch Potenziale, die jetzt noch erreichbar sind. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen die Analyse. Wir machen die Analyse, die machen wir separat. Was ich Ihnen aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es mich, naja, wie weit kommen wir hier zurück, kommen wir gar nicht so weit zurück, mich ein bisschen irritiert, dass wir jetzt hier eine Analyse machen zum Stand 13.200, weil ich erinnere mich, ich habe schon mal eine Jahresanalyse gemacht zum DAX, die war auch fast auf identischem Niveau. Also, wenn wir mal sagen, vor zwei Jahren hier, 2018, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, wo stand er hier, war 12.400, äh, 13, warum kriege ich denn die Kurse nicht hier? Das wäre doch viel schöner zu sehen, wenn man hier noch ein bisschen weiter zurück könnte. Kriegt das, glaube ich, nicht ran hier hinten. Nee, wollen sie mir nicht geben. Egal, gut. Auf jeden Fall, ähm, so betrachtet natürlich, wer, wer Anfang 2018 hier im, im DAX Long gegangen ist, über ETFs oder was weiß ich, ne, also der hat nicht unbedingt jetzt hier die Riesenparty-Stimmung drin, das hat sich nun unbedingt gelohnt, also da hätte man wirklich immer regelmäßig nachkaufen müssen und selbst dann ist der Einstand, naja, das ist okay, denke ich, aber wenn ich da gucke, was so ein Nasdaq zum Beispiel abzieht halt, ne, also das wird richtig, also nächstes Jahr bin ich gespannt. 20 Jahre Bullen-Rallye haben wir dann, wenn wir hier so in den Nasdaq reingucken, mal gucken, wie viele Daten ich hier kriege, wenn sie sich sowas angucken, eigentlich kommen wir auch nicht so weit zurück, dann machen wir das anders, wir gucken schnell woanders rein, warten Sie mal kurz. Obwohl, ich will eigentlich mit Ihnen noch gar keinen Jahresausblick machen, den machen wir später, brauchen wir jetzt auch hier nicht drin rumgucken, auf jeden Fall, ähm, 2002 Nasdaq hier irgendwo knapp unter der 1.000 gewesen, na, ähm, komplett durchgezogen, komplett durchgezogen, der war vorher auf 5.000 gestiegen, ist dann von 5.000 auf unter 1.000 gefallen, ne, große Crash, 2.000 bis 2.002 und seitdem nur nur gestiegen, ähm, ne, von 2.000 bis 2.000, äh, von 2.002 bis 2.020 sind nicht 20 Jahre, ich hab's nicht mehr so mit den Zahlen, ähm, egal, Fakt ist, wir sind hier extrem weit gelaufen und, ähm, tja, da umso länger die Kerzen jetzt hier werden, umso interessanter wird das, weil dann wird auch irgendwann hier diese kleine, diese Bubble dann auch mal platzen, ähm, jetzt würde ich das noch nicht zwingend als Bubble ansehen, aber wir gucken, wir gucken uns das am 3.000 an, da zeige ich Ihnen das mal ganz genau, was ich meine, ne, wenn man nämlich den Chart schön, schön weit auseinanderzieht, hier gerade im, ähm, im Nasdaq sieht man wunderbar eigentlich, dass er so ein ganz interessantes Rücklauflevel auf der 5.000 hat, ne, und, ähm, wenn er sich so parabolisch so aufdehnt, so, so nach oben drückt, kommen die, kommen die Märkte eigentlich in der Regel immer wieder zurück, das ist bei vielen Märkten so, dass wenn die zu viel Dynamik dann oben rausnehmen, dann platzt das irgendwann einfach und dann eskalieren die so nach unten, meist noch nicht mal irgendeine Meldung, die kommt dann immer hinterher, ne, wenn die ersten sich dann verzockt haben, ähm, und die ersten Banken dann hops gehen, weil sie da noch voller Hütte Long drin sind und alles nach unten rasiert und alles zurückballert, ne, dann kommen meistens erst die Höhexbotschaften, aber wir gucken uns das alles, ähm, im Jahresausblick für 2020 dann an, den machen wir jetzt noch nicht, wir bleiben jetzt erstmal kurz beim DAX, im Fakt ist, es wird ein sehr spannendes Jahr, ich glaube, persönlich glaube ich, dass wir so ein kleines Melt-up bekommen wie, wie so 99 halt, ne, also so wie die Märkte stehen und so wie die auch von der Volatilität sich aufgeladen haben, glaube ich schon, dass wir viel Potenzial haben, ähm, nicht im DAX, ne, aber bei den Amerikanern so ein richtiges, richtiges 1999 da reinzudrücken, wo die Märkte wirklich so richtig hoch rasiert sind und ich weiß nicht, was passieren soll oder was passieren kann, vielleicht kommt, äh, jemand, äh, in den USA an, die, wird, wird jemand Präsident in den USA, der sagt, äh, Kapitalismus ist scheiße, äh, es gibt jetzt, äh, 50% Quellsteuer auf amerikanische Aktien oder, keine Ahnung, ähm, auf Verkauf oder Kauf ab 2025 und dann wird das Zeug in Grund und Boden verkauft, man weiß nicht, was kommt, ich, keine Ahnung, aber vom Chartmuster, ähm, wird das nächstes Jahr sehr interessant, ich glaube aber, dass die eher nach oben übertreiben erstmal, ich denke, da ist noch genug Luft zu holen, bevor es dann halt wirklich knallt und das, wir schauen uns das aber in Ruhe an. Ich wollte Ihnen jetzt hier im DAX ein bisschen zeigen, der hat hier noch Platz, ich wollte Ihnen zeigen, was wir eigentlich letztes Jahr, da sind wir dahergekommen, Mensch, da habe ich jetzt aber einen Bogen geschlagen, meine Herren, wir sind letztes Jahr hier, hatten, hatten wir hier unten eine Kaufzone gesetzt, im DAX haben gesagt, das wäre ja eigentlich interessant, das Niveau, von dem man auch mal wieder deutlicher nach oben drehen könnte, das haben die dann zum, ähm, da wurden hier Kurse gestellt, ne, obwohl der DAX gar nicht gehandelt wurde an den Tagen, 24. und 26., die einfach so massiv durchgeballert, hier unten hat Trump einfach mal gesagt, das ist der perfekte Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen, ne, der eine oder andere erinnert sich noch an diesen Tweet und zack, sind die Märkte komplett, also gerade die Amerikaner, der Dow Jones hat die größte Kerze dort seit gut drei Jahren, glaube ich, gesetzt gehabt und da haben wir auch im Jahresaufblick, haben wir das gesagt, man muss da aufpassen, wenn die das, man darf das nicht unterschätzen, so eine große Signalkerzen, wenn die weiter gekauft werden, kann der Dow da bis auf Allzeithochs wieder durchrennen, ohne dass da noch irgendwie mal was zurückkommt und so ist es am Ende sogar gekommen, ähm, auch wenn ich selber so nicht gehandelt habe, das möchte ich auch gleich dazu sagen, also, manchmal ist es einfach so, man sieht die Sachen kommen, ja, und dann ist es aber nicht. Fakt ist, hier Weihnachten war großer Trendwendepunkt letztes Jahr, na, ich glaube nicht, dass es jetzt der Trendwendepunkt zum, diesen Jahr wird, aber es ist ein wichtiger Tag, es ist ein wichtiges Zeitfenster, was damit auch kommt, es ist jetzt ein Jahr richtig harte Rallye gewesen hier, eine deutliche Rallye auch, ähm, gut Performance gemacht, ähm, in vielen Indizes und, ähm, man soll ein bisschen aufpassen, glaube ich, zu den Weihnachtsfeiertagen da, das war einfach letztes Jahr zu, 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 zu ruppig gewesen. Was wir jetzt im DAX im Tagesshaut sehen, können wir gleich hier anfangen, ist auf jeden Fall, ne, eine schöne Kerze, das sieht ganz gut aus, da kam wieder Käuferinteresse rein, man hat den DAX hochgekauft, man hat die Tageskursverlust fast komplett wieder weggemacht, hat den DAX wieder übers mittlere Bollinger Band gehoben und, ähm, im Grunde ist das eigentlich jetzt hier eine Ansage, dass man jetzt wieder oben ans Band ranläuft und das liegt bei 13,395, 13,400, ne, also die Ansage sollte man dann jetzt auch erstmal verstehen, sprich, geht der Markt zum, ähm, zum Freitag jetzt über die ähm, 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 Donnerstag hinaus, was so 13,250, 59 sein müsste, 13,250 war das hoch, genau, geht der Markt zum, 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 zum Freitag über die 13,250 hinaus, sollte man dann damit rechnen, dass er sich jetzt hier die Richtung 13,390, 13,400 erstmal wieder entwickeln kann, ne, also das, der Platz ist da, kurzfristig können wir mal gucken, wo die wichtigen Bereiche dort liegen, ähm, wenn wir uns das hier vor Augen halten, was wir gestern drin hatten, ich würde jetzt mal den Channel hier rauslöschen, der stört zwischenzeitlich nun einfach nur noch, ähm, auch wenn der DAX nach wie vor in dieser Range ist, ne, ich nehme dann jetzt trotzdem raus, die Kanten, die sind zu weich, so, wir hatten gesagt, hier, sollte der Markt aufpassen, haben gesagt, riecht ein bisschen danach, wie als würde man hier nochmal die Longs rausruppen wollen, haben deswegen gesagt, unter die 1,70, sollte man da aufpassen, die 1,70, die hatte fulminant reagiert, die hat richtig gut gehalten, gleich zum Früh, da ging ordentlich Druck nach oben und dann hat er sich hier so ein fallendes Dreieck nach unten gebaut, ne, über den, ne, Vormittag bis in den Nachmittag hinein, das fallende Dreieck wurde dann nach unten gelöst, eigentlich das perfekte Signal, um die 13,100 und damit immer das 61er Retracement zu erreichen, das war ein gutes Signal, ne, also so ein fallendes Dreieck, ist ja dann, äh, Trend bestätigen für diese Abwärtsbewegung, hätte hier gut nach unten Druck rauslösen können, hat der Markt nicht genommen, weil die Amerikaner sind angekommen, was haben die Amerikaner gemacht, die haben gesehen, hey, meine Indizes, die stehen aber tief, die dummen Europäer, was haben die da verkauft und zack, haben sie einfach wieder hochgekauft, sich, äh, im Feuchten gefreut und, äh, stehen da jetzt wieder relativ nah in den Hosen, naja, ist natürlich unserem DAX dann auch ein bisschen schwer gefallen, hier nach unten weiter vorgockeln zu können, dass er da hier großartig schwach ist, ne, wahrscheinlich auch das ist der Grund, warum hier so viele Privatanleger momentan long drin waren, aber das hat sich auf jeden Fall hier unten ein bisschen bereinigen können, da sollten einige Stops geflogen sein, sodass er jetzt hier wieder leichter auftreten könnte. Ich würde deswegen schon sagen, zum Freitag ein bisschen Obacht auf der Oberseite, ähm, wenn wir es, äh, weit auslegen, sind wir quasi jetzt in dem Strang drin, der wir, den wir hier haben, der, dem sollte man jetzt noch im Hinterkopf mit behalten, naja, das ist noch legitim, äh, da wir unten diesen Fehlausbruch bekommen hatten, hatten, ja, deswegen würde ich sagen, da muss ich mal kurz niesen, äh, die, äh, 13,280, 13,300, das wäre jetzt hier oben ein interessantes Ziel, trotzdem nimmst du mal mit, alles so über 13,250, das ist schon deutlich positiv, ne, ist in dem Sinne sogar ein kleines Longsignal, sodass ich sogar schon sagen würde, über 13,250 spricht eigentlich, ne, wir machen das anders, wir nehmen das da weg, wir nehmen das da weg, machen den ein bisschen anders, machen, sagen hier 13, ne, wir nehmen das komplett weg, wir nehmen das komplett weg, weil, äh, also ich, Freitage, die starten ja oft ein bisschen schwach rein, dann powern die relativ gut durch, sieht man häufig, das wäre jetzt genau das Gegenteil halt von dem, was wir jetzt hier drin haben, ne, erst hoch, dann runter, wäre eigentlich untypisch, typischer wäre er erst runter, dann hoch, gucken wir mal, wenn er auch per Aufwärtsgap reinkommt, müssen wir auch achtsam sein, aber ich würde schon sagen, hier, das können wir runterziehen und können sagen, alles, was hier so über 13,250 geht, ist dann eigentlich Trendbruch, ne, Armwärtsbewegung tot, Trendfortsetzung von dem hier nach oben möglich, sprich, Ziel 360, 360, 360, 400 und so weiter und so fort, ein bisschen aufpassen, von unten kommt die 270, 280 hier, ist eine knackige Marke, trotzdem, denke ich, 250, alles, was drüber ist, eher positiv, würde natürlich die Option offen lassen, dass wir hier dann doch ein bisschen von der 266, 270, 250, 280 nach unten reagieren, das ist einfach, ne, dass wir hier das kurz anteasern, antriggern, dann uns kurz zurückzucken und dann aber wieder aufdrehen und dieses zweite aufdrehen, ne, wenn er das bringt, einmal kurz drüberzucken, dann zurück, dieses zweite aufdrehen, ich glaube, da liegt der Meisterreiz zum Freitag jetzt drin, wenn man das irgendwie aufgegriffen kriegt, da noch mit reinkommt in den Markt, durfte man die besten Karten haben, hier noch was mitzuschwimmen, ja, und ansonsten von unten kommt, ach, ich würde schon sagen, 350, 360 bis 400, das sind jetzt erstmal die Ziele, gegebenenfalls dann sogar mehr, aber da muss er auch überzeugen können, halt, ne, behalten Sie im Hinterkopf, wir haben Verfallstag, ne, Verfallstage sind oft auch mal an der Technik völlig vorbei und, ähm, passen Sie dann trotzdem noch ein bisschen auf, wir haben schon viele komische Sachen zu Verfallstagen und in Verfallswochen gesehen, ne, da, ähm, kommen Sie mir bitte nicht unter die Räder, halt, ne, das wäre schade, ansonsten, das gilt weiter, solltet ihr der Markt hier überraschende Schwäche zeigen und die 13,170 nach unten verlassen, sollte man damit rechnen, dass wir 13,100 sehen dürften, ja, das ist ein wichtiger Bereich unten und ansonsten hier, dass ihr positiv zu werten, ja, sollte die 100 kommen, ich würde sie probieren und ansonsten hier oben würde ich persönlich auch versuchen, irgendwie noch mit Long mit reinzukommen, dass man hier auf die 360 kommt, nicht um jeden Preis, aber ich würde es versuchen, da noch irgendwie reinzukommen, dass man hier nochmal die Richtung 300, Richtung 350, 360, das sind so die interessanten Bereiche, gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir hier das zu, ähm, haben eine kleine Umkehrchance jetzt in dem Sinne, ähm, muss er nutzen, sollte tief rein starten, wäre das erstmal nicht ganz so schlimm, 1,90, 1,70, sollte aber oberhalb von 1,70 bleiben, unterhalb von 1,70 wird er nämlich gefährlich, sonst Richtung 13,100 abzukippen. Okay, da sind wir jetzt heute ein bisschen länger, haben wir auf die einen oder anderen Indizes schon mal ein bisschen mit drauf geguckt, hat vielleicht der eine oder andere schon mal ein bisschen jetzt einen Vorgeschmack, wie die Jahresanalyse dann aussehen könnte, ähm, ich nehme das auch schon mal vorweg, also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wir, dass wir nicht das komplette Jahr nach oben durchlaufen, sondern dass wir so ein Plus-Minus-Nulljahr sehen, aber das richtig nach oben, also im DAX bin ich verhalten, da, da sehe ich eher mehr begrenzte Potenziale, aber ich glaube, die Amerikaner, die machen so ein richtig schönes, richtig schönes Melt-Up oben raus und vielleicht bis März, vielleicht gar nicht bis April, vielleicht, also vielleicht gar nicht bis in den Mai rein, dass man dann so sell in Mai, ich kann mir vorstellen, dass die schon vorher wegdrehen, wo noch alle Longen drinnen sitzen und dann in die Bredouille kommen, ne, dass der so bis, ja, vielleicht Mitte März, Anfang April, dass die dann noch so hochziehen und dann die Kiste voll versenken mit, mit wirklich Wucht. Wie auch immer die Nachrichten dazu passen, das wird hinterher passen, glauben Sie mir, also der Chart, der spielt das immer vorwärts, sieht vorher immer schon so aus und hinten raus passen dann die Nachrichten wieder genau drauf und wenn man dann aber mit den Nachrichten, die da sind, das Verhalten erklärt vom Markt, sagt man sich, ne klar, dem kann ja nur das passieren, ne, aber dass die meisten erst hinterher kommen, das sieht man, das sieht man dann nicht mehr in dem Moment. Gut, aber egal, das gucken wir uns dann an, Jahresausblick machen wir noch, das kommt die nächsten Tage, verspreche ich, machen wir ja jedes Jahr, ähm, zumindestens haben wir das letztes Jahr gemacht, ich glaube vorletztes Jahr habe ich auch einen gemacht, aber gut, dann, ja, Klappe zu, Affe tot, wir hören uns am Sonntag nochmal für das Montagsvideo, bis dahin, ciao.